Herzlich Willkommen auf Revitec. In diesem Video geht es um die Severin Ass 3915. Krummes Schneiden mit Messer und Brettchen gehört der Vergangenheit an. Dank des praktischen Gleitschlittens mit Edelstahlabdeckung gleiten Brot, Schinken und Käse geradezu in die scharfen klingen und lassen den praktischen Allesschneider mit seinen präzisen Schnitten glänzen. Das edle und durchdachte Design sorgt nicht nur für einen Blickfang in der Küche, sondern es positioniert das Schneidegut auch in einer praktischen Schrägstellung und garantiert dadurch stets ein gleichmäßiges Ergebnis. Ob dicke, mittlere oder dünne Scheiben dank der stufenlosen Einstellung der Schnittstärke von 0 bis 15 mm erreicht jedes Schnittgut die ideale Dicke und kann so genossen werden. Drehen Sie dazu einfach am Rädchen und sehen Sie, wie das Messer sich fließend vor und zurück bewegt. Die beiden rostfreien Edelstahlmesser sorgen für optimale Ergebnisse und Flexibilität. Durch seine glattes Klinge eignet sich das Schinkenmesser ideal zum Schneiden von Wurst und Fleischwaren, während das Wellenschnittmesser besonders für harte Lebensmittel wie beispielsweise die Kruste von Brot, aber auch Käse und Gemüse genutzt werden kann. Der Allesschneider verfügt über einen Gleitschlitten mit Edelstahlabdeckung mit dem das Schnittgut gleichmäßig ins Messer geschoben wird. Der Fingerschutz sorgt dabei für genügend Abstand zwischen dem Messer und Ihren Händen, sodass das Verletzungsrisiko während des Schneidens reduziert wird. Hergestellt aus robustem Metall und ausgestattet mit praktischen Saugfüßen, bietet das Gerät zudem sicheren Stand. Falls Dir das Video würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.